Die Hengststation Piotrowski Trab 8,5, Galopp 8,7, Schritt 8,5 Alles in allem ausschließlich tolle Noten zwischen 8 und 9 Hier Sandro Primero von der Station Piotrowski in Erkratz Jawoll, dafür gab es die Höchstnoten bei der Weltmeisterschaft und beim Bundeschampionat Super Jana, Top in Schuss, dieser herrliche Rappe Station Piotrowski mit einem wirklich toll gereiften Hengst hier